Frage ist wie immer, warum kommst du aufs Barcamp? Ja, ich würde gerne aufs Barcamp kommen. Ob ich wirklich kommen kann, ist noch nicht klar. Ich glaube, ich bin derzeit auf einem Warteplatz und warte noch auf Nachricht, ob ich nachrücke. Und wenn ich aufs Barcamp gehe, dann würde ich gerne davon erzählen, wie wir mit Kontextkommunikation und Inspiration Labs mit Marken wie ENORM und Good Impact die Gesellschaft versuchen mitzugestalten, zu inspirieren, zu informieren und zu aktivieren. Ich freue mich auf ein tolles Barcamp. Ich war von den bisherigen, die vor einigen Jahren stattgefunden haben, sehr begeistert. Im April ist es, gell? Danke.